so willkommen zu einer neuen folge pokémon go und wir drücken hier erstmal auf den bildschirm denn wer den kanal aufmerksam verfolgt der weiß was jetzt kommt wir haben ja ein kleines special gemacht für die 3000 abonnenten wenn man jetzt auf die abonnenten guckt denkt man das ist schon zehn jahre her aber passt auf was ganz wichtig ist immer so ein trick ne habe ich auch schon öfters mal gesagt zack hier rein gleich hier auf die items gehen glücksei einwerfen und guckt mal was dann passiert wenn ich ein glücksei drin habe dann packt mir das eventuelle level aufstiege eventuelle freundschafts aufstiege eventuell leute die geöffnet haben geschenke oder geschenke geschickt haben oder sonst was gemacht haben wofür es auf jeden fall punkte gab wie hier shiny to joxy hat mir jetzt gezählt oder salim zählt mir auch jetzt mit 6000 punkten das sind stufe 1 sachen da gäbe es normalerweise 3000 punkte da ich ein glücksei an habe kriege ich aber 6000 punkte ihr seht hier doktario über freunde 100.000 punkte und achtet mal ganz unten links auf die ecke ramses 3000 abos jetzt hier dr 779 über freunde guckt euch das an was passiert level 40 boom 40 über bälle top dränge alles weitere alles dabei wir haben es also geschafft und den ramses 3000 abos account auf level 40 zu bringen und wir daran habe ich eigentlich nicht so viel zu tun sondern vielmehr ihr nämlich jeder einzelne der mitgemacht hat wir lassen einfach die anderen sachen jetzt noch mal durch falls da noch was kommt hier steffi auch gute freunde sind ja so viele leute dabei gewesen die level 1 aufstiege noch hatten die ewig nicht gemacht haben den hans wurscht nehmen auch rein über freunde also das ist jetzt wirklich hier zum zelebrieren der rest was passiert ist level 40 ist erreicht wir können auch noch mal reingucken wie alt der account eigentlich ist hier sind sogar noch drei neue freundschaftsanfragen da von tasthef null kutscher und jutta wie alt ist der account der account wurde erstellt am 8 9 2020 8 9 2020 jetzt ist der 28 10 2020 wir haben es mit dem ramses kitchen account geschafft innerhalb von einem monat level 40 zu erreichen den habe ich aber auch aktiv gespielt und habe jeden tag alles damit gemacht plus eben auch die freunde bei dem account bin ich jeden tag nur einmal rein ungefähr so wie jetzt habe ein glücksei angemacht und habe einfach nur die punkte mitgenommen die durch die freunde gekommen sind wenn ein raid in der nähe war habe ich noch den raid mitgemacht aber ansonsten habe ich dann nicht wirklich was gemacht was der account sonst noch alles hat zu bieten hat welche pokémon was da sonst noch dabei ist das werdet ihr in einem extra video sehen denn ihr wusstet ja ramses 3000 abos sollte der special community account sein als special als 3000 abonnenten special haben wir den gemacht ein account wo wir eigentlich jedes kontinentale pokémon drauf fangen wollten sammeln wollten level 40 erreichen wollen dass ihr damit auch pokestops einreichen könnt und wollen bei 3000 abos den dann raus geben jetzt sind die 3000 abos so schnell da gewesen wir sind jetzt schon wieder bei 3700 der account ist jetzt fertig auf level 40 wir müssen uns nochmal besprechen was für pokémon noch fehlen von den kontinentalen ob jetzt alle drauf sind ob wir da noch welche drauf machen müssen dass also trotzdem nur eine kleine infofolge es geht voran ihr seht es wurde geschafft level 40 ist erreicht und das ist auf jeden fall sehr cool ist auch team gelb und der account kann auf jeden fall euch gehören team gelb level 40 mit zum pokestop einreichen wie auch immer viele sagen ja sie haben einfach nichts in der umgebung sie kennen niemanden der level 40 ist hier habt ihr eine level 40 account und ich kann jetzt schon ankündigen diesmal wird das gewinnspiel auf jeden fall anders ablaufen der der da ist hat schon mal gesagt dass ich viel zu gutmütig bin dass ich immer sage ihr braucht da nicht liken ihr braucht nicht teilen ihr braucht nicht abonnieren ich gebe das immer an irgendwelche leute raus die meisten haben noch kein einziges video auf dem kanal geguckt und stauben dann ab diesmal wollen es wir wohl anders machen dass wir wirklich versuchen dass der account wenigstens an jemanden rausgeht der den kanal auch abonniert hat ihr müsst nicht mit dem account befreundet sein um den zu gewinnen sonst könnten ja nur theoretisch 199 leute mitmachen aber es wäre schon sinnvoll wenn ihr wenigstens ein abonnent des kanales seid damit ihr den account auch gewinnen könnt wie genau wir das umsetzen sonst haben wir einen hashtag unter ein video gebracht und dann wurde das unter den hashtags wer den richtigen hashtag hatte unter den leuten wurde das dann ausgelost da konnten aber auch viele mit fake accounts mitmachen haben sich ein neues google konto gemacht haben den hashtag drunter dass sie eben drei vier fünf mal die chance hatten jetzt soll das eigentlich wirklich nur unter den abonnenten sein und wie man das genau rauskriegt das überlegen wir uns noch ich halte noch mal rücksprache trotzdem das war ja lächerlich trotzdem dankeschön an jeden einzelnen der da mitgemacht hat der mitgeholfen hat der mitgelevelt hat ich habe trotzdem auch versucht jeden jeden abend mir eine stunde zu nehmen um geschenke raus zu schicken hundert geschenke raus zu schicken an euch das was natürlich am meisten reingehauen hat sind jetzt am ende diese ganzen hyper freunde gewesen ein paar musste ich leider auch wieder rausnehmen für neue ein paar sind auch jetzt hier noch drin zum beispiel hier der 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 michelle der bxb pepper woods ist am start party eier chaos knubbel qualiteter doktor doktario jenaya shiny box shiny raiquaza soryama super dsc hanswurst coke evoli karsten zeus der blitz hier seht ihr natürlich leute die nur noch eine in der aktion bräuchten von denen ich keine geschenke habe die aber ein geschenk von mir haben die theoretisch jederzeit aufmachen könnten und dann wären die auch über freunde jetzt habe ich gedacht die machen das vielleicht in der raid stunde weil heute auch die raid stunde war hier black son goku oder für lefantissimo haben sie leider nicht ist aber auch egal bei metang auch dasselbe hier bei den anderen zwei könnte ich morgen aufmachen ich weiß noch nicht ob ich das geschenke mäßig jetzt noch ein bisschen weiter für eigentlich brauche ich mir den stress jetzt nicht mehr geben ich weiß auch nicht was passiert mit dem account wenn der account an jemanden rausgeht ob derjenige noch aktiv dann geschenke macht oder irgendwas ja ich finde es trotzdem coole sache trotzdem innerhalb von zwei monaten sagen wir mal eineinhalb monate für level 40 sagen jetzt das video noch dazu hat auf jeden fall wieder spaß gemacht und der account hat ja noch einiges mehr zu bieten da werden wir aber noch genauer drauf kommen wenn wir das richtige gewinnspiel video dazu haben momentan läuft ja ein gewinnspiel wie diesem halloween shiny pikachu gewinnspiele kommen meistens am dienstag und werden am montag daraufhin aufgelöst im chill mit ramses live stream wer den account also gewinnen möchte bleibt einfach dran verfolgt das ganze ein bisschen da wird noch mal ein richtiges video dazu kommen jetzt wollte ich einfach nur zeigen euch live dabei sein lassen also live es ist ja kein stream wenn level 40 erscheint es gibt manche die haben noch nie level 40 erreicht die sind noch weit drunter dass die einfach mal sehen wie das aussieht wenn level 40 erscheint auf eurem bildschirm wenn ihr level 40 erreicht habt wenn dieses diese ansage da kommen die items da reinfliegen also ihr seht es geht immer weiter ne pokemon wird nie langweilig hoffe ich das war es erstmal von meiner seite aus und für diesen account wirklich lasst halt mal ein abo da oder so ich habe das noch nie gesagt ich habe das mir immer zurückgehalten ich habe nie gesagt lasst ein like da daumen hoch und abonniert auf jeden fall unbedingt und bla diese ganze battle life fand ich immer richtig dumm und nervig die leute sollen das freiwillig machen aber ich kriege dafür halt immer kritik dass ich das immer irgendwelche leute dann rausgebe am ende während die treue community dann in die röhre guckt deshalb wollen wir wirklich schauen wenn der account rausgeht dass er an einen abonnenten geht einen aus der community vielleicht einer der vielleicht mitgeholfen hat dringlichst dafür oder einer der noch zur dicken runde dazugehören will info video wird auf jeden fall folgen wir unterhalten uns noch mal drüber der der da ist hat gesagt der wird sich bei mir noch mal melden denn der hat immer sehr gute ideen deswegen werde ich ihn auch noch mal fragen wie wir das am besten umsetzen ist ja auch einer der aktivsten mods gewesen in letzter zeit ist es ruhiger aber der hat viel verantwortung auch so hat einen klaren verstand sage ich mal mit ihm würde ich das gerne mal überreden wie wir das dann machen das war es aber jetzt von meiner seiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin peace out vorhaut euer ramses